Los geht's mit einer irren Schlussphase in der Oberliga. Tuss Bersenbrück gegen Atlas Delmhorst. Im Mittelpunkt zunächst Gästekeeper Florian Ubanski. Er rettet sein Team beim Stand von 1 zu 1 mit einer Weltklasseparade vor dem Rückstand. Und wer die Dinger vorne nicht macht, ganz genau, der bekommt sie eben hinten rein. Und wie. Bersenbrücks Schlussmann schießt seinen eigenen Mann K.O. und kann dann nur noch zuschauen. Bitter gelaufen. Eher glücklich gelaufen ist es für diesen Sportskameraden vom BSV Reden. Nach seinem Ballverlust folgt das Frustfoul. Gelb für diese Sense gerade noch vertretbar. Deutlich sehenswerter geht es in der Verbandsliga zu. Christian Disch bewirbt sich mit einem Geniestreich für das Tor des Monats. Was für ein genialer Treffer. Da gibt's mal so gar nichts zu halten. Zum Abschluss schauen wir nochmal in die Regionalliga Nord. Dort Lübecks Marvin Thiel gerade mal eine Minute auf dem Platz und schon nagelt er seinen Gegenspieler weg. Keine Ahnung, was es da noch zu diskutieren gibt.